So Leute, es wird endlich Zeit für das Finale hier. Ich bin fertig, vorbereitet und wir kämpfen jetzt nochmal. Jetzt ist es ein bisschen blöd, da wir wissen, dass unsere Freunde nach einer Zeit kommen. Von daher blöd, aber egal. Das waren Emotionen, aber echt als Elvin gekommen ist, der erste Zugang hier, da war ich sowas von glücklich. Sowas von glücklich. Äh, wir sterben. Wir sterben jetzt schon. Okay, bin wieder da. Bin wieder da. So. Mein Gott, ey. Das ist ja echt bescheuert gerade. So. Und ich bin immer noch konfus. Kann mich jemand helfen? Kann mir jemand helfen? So. Let's just say, I got tired of betraying everyone. So. I'm not. I know this is where I belong. Und jetzt wird Musik verpügel. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Mixa. Du wirst uns nicht auseinandernehmen. Let's do this. Mystische Arte. Let's do this. Seelenschürer fest. All right. Sorry, I'm late. Glad you're okay. Are you ever gonna stop worrying about me? Was war das? Was war das? Bin in the sphere. Weg hier, weg hier, weg hier. Wir kriegen gerade so viel Damage. Heaven is K.O. Okay. Was soll der Scheiß jetzt eigentlich? So. Sind alle wieder da. Das ist doch schön. Mein Gott. Rowan. So. Hau rein. Großes Finale. Definitiv. So. Wurde eigentlich der Trank des Lebens verbraucht? Ja, wurde er. Oh Gott. Aber wenn Elise kommt, dann haben wir wenigstens wieder eine, die uns wiederbelegen kann. So. Komm schon. ein Museum muss erledigt werden. Ich hab den falschen Tuffi gerade anvisiert. Und weg, 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 weg. Jetzt wird's gerade wieder gefährlich. Oh, was war das jetzt? Elise! Endlich! Mystische Arte! Fangness! Elise! Ich danke dir! Schön, dass du da bist. Objekte dürfen verwendet werden. Alles klar. Passt bloß auf! Oh, verdammt. Was passiert denn jetzt? Absolute Herrscher. So, Auferstehung. Bin wieder da. Und schon vermisst. Elvin. Weg da. Wow, 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 wow. Mein Gott, ey. Musik, chill mal. Und ich kann mich nicht mit Mina verbinden, solange sie... Das ist so. Also, warum kann er wieder büßische Arte einsetzen? Oh, mein Gott. So, Auferstehung. Solange... Äh, warum locke ich ihn zu Elise? Bin ich denn irre? So, ich muss hier weg erstmal. Oh, ich bin konfus. Mein Gott. So. Alter, hast du nicht langsam genug von dem Scheiß? Gaius, du Arsch. Das gibt's doch nicht. Also, man kann echt übertreiben hier, finde ich. Man kann echt übertreiben. Und das ist definitiv Übertreibung, was hier abgeht. So, und jetzt... Muss ich doch nicht zum Gegner hinlaufen. Mein Gott. Also, das ist doch echt bescheuert, was sie hier treiben. So. Jetzt wollen wir uns erstmal ein bisschen Platz verschaffen. Also, boah, ey. Diese mystische Arte von Gaius. Also, sobald ich konfus bin, wird's schon kritisch hier. So, schönen Abstand halten. Tss. War klar. War doch klar, dass das passiert. Tss. Alter, Leute. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Da soll ein schönes Finale werden und nicht ein Abschlachten Bennys. Gott, ey. Halt die Klappe. Also, ich komme ja kaum zu Bewegungen. Ja, Hauptsache, das passiert. Tss. Also, das hat ja schon keinen Sinn, das hier zu machen. Okay. Wiederauferstehung. Danke. Nee, oder? Das ist doch nicht normal, Leute. Hi, ey. Ich werde nur gerade pulverisiert, aber sonst ist alles gut. So, Drang des Lebens. Danke. Mein Gott, ey. Ich... Ich weiß jetzt gerade nicht, was hier abgeht, Leute. Ich... Ich mach kaum etwas. Ich komm jetzt so gar nicht. Das lief doch am Anfang viel besser, aber jetzt hat sich das plötzlich geändert. Und was, wenn ich Gaios aufhalte? Kannst du knicken. Der macht mich fertig. Der macht mich sowas von fertig. Kannst du vergessen? Das kannst du vergessen? Mein Gott, ey. Das gibt's doch nicht. Also, das ist ja ein plötzlicher Sprung, aber auch von der Schwierigkeit her. Äh... Lass... Lass mich hier abhauen, bitte. So. Jetzt schaff ich mir aber Abstand hier. Ich hol mir jetzt hier etwa Abstand. Nix da. Lass mich bloß in Ruhe. Au. Lass mich bloß in Ruhe, du Arsch. Lass mich bloß in Ruhe. Ich will erst mal mein Team haben, ansonsten mach ich gar nichts. So. Dann haben wir schon mal etwas. Aber ich bin noch nicht ganz komplett glücklich hier momentan. So. So. Böse. Böse. Okay. Nicht mehr böse. Gut. Okay. So. Wildes Gebrüll und müßische Arte. Okay. Schon viel besser. So. Heilung. Und weg hier. Achtung. Die will was einsetzen. Die will was einsetzen. Das gefällt mir nicht. Ich warte noch ein bisschen, weil ich brauche Elise. Ich brauche definitiv Elise. Okay. Okay. Und nein. Ich kämpfe gegen Musée erst mal. Die muss weg. Dann hört ihr das mit der verbundenen Arte-Scheiße auf. So. 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 Weg, 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 weg. Wie? Da kommt was Böses auf mich zu. Oh mein Gott. Ja, Elise. Danke. Und ich... Doch, ich kann Arte verwenden. Aber nicht mehr lange. Weil ich gleich tot bin. Ich bin gleich tot. Heilung. Wir tun wirklich, wirklich tun. Aber ich habe endlich meine eigenen Reise, um zu leben. Und ich will nicht diese Fähigkeiten verlieren. Und wir haben hier ein paar Leute, die kaputt gegangen sind. Nein, 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 nein. Okay, Elise ist gerade beschäftigt. Finde ich scheiße. Ich setze etwas an, um die Gruppe erst mal zu heilen. Oh nein. Was ist das? Mein Gott. Das hätte aber auch nicht schief gehen können. Objekte nicht verwendbar. Okay. So, Elise. Die kommt ja zu gar nichts. Weil Elvin sie nicht beschützt. So. Trank des Lebens auf Mila. So. Und jetzt brauche ich ein... Warum ist jetzt nichts wieder verwendbar? So, ein Objekt, das uns alle schön hielt. Omega-Elixier. Komm. So. So, und jetzt muss ich mal ein bisschen kämpfen, ansonsten komme ich zu gar nichts mehr. Komm schon. Oh, komm. Und. Oh mein Gott. Objekte. Omega-Elixier. Komm. Boah, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ernsthaft. Ernsthaft jetzt. Das kann an sich nicht deren wirklicher Ernst sein, weil, äh... Mit einem Schlag... Das ist doch kacke. Das ist doch nur der eine Kampf und vielleicht... Aber jetzt bin ich plötzlich konfus. Das ist ja echt freundlich. Ich habe, was du hast. Du wirst eine Chance. So. Jetzt bin ich wieder nicht mehr konfus. Ich komm schon. Ich brauch Leute. Ich brauch Verbündete. Komm schon. Das gibt's doch nicht so was. Das gibt's doch ernsthaft nicht. Muss ein Kampf so heftig sein. So, aber ich darf die natürlich auch nicht frei rumbewegen lassen. Ich muss schon kämpfen. So, wieder auf der Stehung. So, komm. Du musst jetzt kämpfen, Benni. Du musst kämpfen. Du musst stören. Dann... Ansonsten funktioniert das nicht. Und die greifen auch alle total die falsche Person an. Ehrlich gesagt. Ich wäre glücklicher, wenn sie ein Museum angreifen würden. Dann wäre sie bestimmt K.O. So, komm schon. So. So, mystische Arte. Das ist... Oh mein Gott. So, come on. Sie ist besiegbar. Und ich habe natürlich wieder die falsche Person ausgewählt. So. Hm. Alles teiler. KP der Gruppe. Oh, nein. Okay. Wenn Rowan das jetzt unterbrechen kann, das wäre natürlich ideal. Wenn er das unterbrechen könnte. Scheint unterbrochen worden zu sein. Komm, geh kaputt. Du musst kaputt gehen. Ich bin nicht verschieden von allen anderen hier. So, geh es. Verdammt. Komm schon. Es wird nicht wichtig, wenn ich dich schreibe. Ich habe planen, um die Zukunft zu sehen. Ich habe eine große Erwartung. Ich habe eine große Erwartung. Aber ich werde... Nein. Nicht gut. Überhaupt nicht gut, was jetzt passiert. Nicht gut. Wenn sie zum Angriff kommt, dann sind wir erledigt. Elemental Him. Ja. Ich kann es machen. Yes. Elise. Unterbrechen. Unterbrechen. Okay. Jetzt sind wir zumindest so weit wieder gekommen. Aber warum greift ihr alles Gaius an? Sie müssen die See kaputt machen. Okay. Sie wurde auch getroffen davon. Oh mein Gott. Komm schon. Sie ist kaputt. So. Sie ist fast kaputt. Sie ist fast kaputt. Das wäre es natürlich. Nein. Nein. Komm schon. Erledigt. Erledigt. Nein. Wenn ich jetzt K.O. gehe, dann hasse ich diese Welt. Dann hasse ich diese Welt so sehr. Nein. Wir sind da. Musée ist down. Nur noch Gaius übrig. Okay. Zusammenreißen. Seine Schwäche ist Finsternis. Habe ich nicht. Okay. Warte. Warum ist sie noch da? Ich dachte, ich hätte sie gerade K.O. geschlagen. Und mit was für K.P. die wieder da ist? Was ist das denn? Das ist Betrug. Das ist Betrug. Was passiert jetzt gerade? Was passiert hier jetzt gerade? Oh Gott. Und Elise ist verwirrt. Was ist das jetzt für ein Scheiß? Ich habe doch Musée eindeutig besiegt. Das ist doch nicht wahr. So. Okay. Okay. Was geht hier gerade? Vorsicht. Auf Erstehung. Oh Gott. Jetzt sind es hinter mir hier. Das ist doch gar nicht schaffbar hier. So. Elise. Alles jetzt hier erstmal auferstehen lassen. Okay. Wir können weitermachen. Oder auch nicht. Nein. Boah. Das gibt es doch nicht. Diese Technik ist doch wohl der absolute Scheiß. Diese Technik ist der absolute Scheiß. So. Wieder Auferstehung. Ich bin momentan von Fools und kann nichts machen. Elise scheint auch nichts machen zu können gerade. Und wir werden vernichtet gerade. Das gibt es doch nicht. Ganz ernsthaft. Das gibt es doch nicht. So. Okay. Aber warum ist Musil wieder da? Ich habe sie doch eindeutig besiegt. Und jetzt zielen die sich auch noch gegenseitig. Das Spiel ist scheiße. Das Spiel ist eindeutig scheiße. Was ist, wenn ich die Zeituhr mal Sanduhr einsetze? Ja klar. Hauptsache ich kippe jetzt um. Hauptsache ich kippe jetzt um. Gibt es doch nicht. Gibt es doch nicht. Okay. Ich probiere jetzt den nächsten Part nochmal. Und dann müssen wir mal schauen, wie sich das ergibt. Bis dann. B admit. Vielen Dank.